Ja, herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch der AfD-Fraktion. Ganz oben auf der politischen Agenda ist das Entlastungspaket, was ein wahrliches Demokratie-Bürokratie-Monster ist. Und das Entlastungspaket ist mit 65 Milliarden angesetzt, wo nur die Hälfte finanziert ist. Die andere Hälfte, das müssen wir erst mal abwarten, wo das überhaupt herkommen soll. Und wie immer das bei der Umverteilung ist, es muss querfinanziert werden. Nicht wahr? Also, was heute entlastet wird, wird morgen belastet, warum man dieses Paket auch ein Belastungspaket nennen kann. Und es deckt doch nicht alles ab. Es ist ein Prinzip von Einwandzahlung. Und das ist natürlich hochwillkürlich verteilt. Und die andere Schwäche des Belastungspakets ist, wenn Sie einmal damit anfangen, werden die Forderungen laut, gleich nach dem dritten, vierten oder fünften. Und der dritte Hinkefuß ist, dass es strategisch nicht nach vorne geplant ist. Es wirkt im Hier und Jetzt, da muss man ja auch die Regierung mal ausnahmsweise loben, dass sie jetzt mit Notflästerchen ankommt für das, was seit Jahrzehnten mittlerweile versäumt wurde. Aber strategisch gesehen müssen wir die Bürger ja entlasten. Und das geht eben nur durch flächendeckende Steuerreduktionen. Darum fordert die AfD-Fraktion ja schon seit jeher die Abschaffung der CO2-Abgabe, die Aussetzung aller Mehrwertsteuern auf die Energiebepreisung jeglicher Art. Und wir müssen langfristig mit den Einkommenssteuern und Sozialabgaben ja runter. Und das heißt, dass wir hier auf der Ausgabenseite des Haushaltes ran müssen, anstatt ein Bürokratiemonster nach dem anderen zu schaffen. Was die Bürger brauchen, sind echte Entlastungen. Und nicht nur die Bürger, weil die Privathaushalte stehen ja hier im Vordergrund des medialen Interesses. Aber das ist der vierte Punkt, wo dieses Gesetz viel zu kurz greift. Und das haben so die Gesetze der Ampel ja auch an sich. Sie haben handwerkliche Schwächen. Das haben wir schon bei der Gasumlage gesehen. Sie haben hier im Wirtschaftsministerium Leute sitzen, die von der Materie nur wenig Ahnung haben, woher soll es auch kommen. Das ist ja nun mal so. Damit müssen wir umgehen. Aber auch die Gasumlage ist mit enormen Schwächen, technischen Schwächen belastet. Genau wie jetzt dieses Entlastungspaket auch. Das ist ja völlig den Mittelstand, KMU, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Mittelschicht selbstständige Geringverdiener, völlig vernachlässigt. Die fallen hier völlig durchs Raster durch. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich nicht strategisch durchdacht. Und da muss man ganzheitlich ran, denn das, was wir gerade sehen, 2022, ist erst der Anfang. Es wird noch viel dicker kommen im Jahr 2023, wenn die ersten Nebenkostenabrechnungen kommen. Und sich die Preise von den gestiegenen Produktionspreisen, also Produzentenpreisindizes, auf die Konsumentenpreisentwicklung fortgesetzt hat. Die sind ja jeweils jetzt zwischen 30 und 35 Prozent durchschnittlich im Euroraum. Und das wird natürlich auch an die Konsumenten weitergegeben. Nicht jetzt, nicht dieses Jahr. Aber das schlägt natürlich im nächsten Jahr voll durch. Also das heißt, wir haben nochmal eine Verschärfung des Themas der Energiepreisinflation, der Lebensmittelpreisinflation. Und das ist ein Thema, was wir strategisch lösen müssen für die Bürger unseres Landes. Und da habe ich noch überhaupt gar nicht von der Notenbankpolitik gesprochen, die natürlich mit der Geldschwemme seit anderthalb Jahrzehnten fast dafür sorgt, dass hier die Bilanzen weiter aufgeblasen werden und wir eine noch nie dagewesene Vermögenspreisinflation haben, die ja noch mit oben drauf kommt. Neben der, nächster Faktor, Verknappung des weltweiten Angebots, die Störung der Lieferketten. Und dann hat diese Bundesregierung natürlich die letzte, und das wird auch jetzt nicht kassiert, nichts Besseres zu tun mit irgendwelchen schwachsinnigen Lieferkettengesetze, die dann nochmal zu einer Verkomplizierung von Produktionsgütern führt. Also das Ganze greift viel zu kurz. Wir laufen hier voll in eine Planwirtschaft, in eine Kommando-Wirtschaft hinein. Jedes Mal, wenn Sie mit Preis-Obergrenzen operieren, dann müssen Sie sich die Frage stellen, ja, wo setze ich denn das, wo setze ich die Grenzen und worüber sich jeder im Klaren sein muss, dass Sie für eine Störung des Preissystems sorgen. Zu was das führt, das sieht man in sämtlichen kommunistischen, planwirtschaftlichen Systemen und wir greifen dem natürlich vorweg. Also um das alles jetzt abzuschließen, ich würde mir viel mehr Sachverstand ökonomischen, energiepolitischen der deutschen Bundesregierung wünschen, die Energiewende muss als kolossaler Fehler von der Vorgängerregierung, 16 Jahre Merkel haben es erst möglich gemacht, da kann sich die CDU, CSU auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Das Ganze muss kassiert werden, es muss rückabgewickelt werden. Lasst uns aufhören mit diesem ganzen Blödsinn, der nicht nachhaltig ist, nicht grundlastfähig und lasst uns für eine sichere und günstige Energieversorgung plädieren. Und dazu gehören natürlich die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke, die Neuentwicklung, Neuplanung von Kernkraftwerken und natürlich auch die Öffnung von Nord Stream 2. Also insgesamt die Energieabhängigkeit vom Ausland zurückfahren. Merkel hat es möglich gemacht, die Ampelregierung führt es fort, aus rein ideologischen Gründen und dementsprechend muss damit sofort Schluss sein, zum Wohle unseres Landes und der Bürger. Ja, vielleicht noch ergänzend ein Thema, was ja diese Woche auch auf der Tagesordnung des Pläneums steht, das ist das leidige Thema Infektionsschutzgesetz, mit dem wir uns wieder behandeln müssen, wo wir alle schon dachten, dass dieses leidige Kapitel beendet ist. Das neue Infektionsschutzgesetz ist wieder zu einem Flickenteppich verschiedenster Regeln in den Bundesländern verkommen. Bund hat hier wieder keine klaren Regeln aufgestellt, dass Lauterbach auch mit diesen widersinnigen, diskriminierenden und fallenden, fallen faktisch kaum durchführbaren Bestimmungen dieses Gesetzes die Bürger sogar noch zum 3-Monats-Impf-Abo nötigen darf, treibt die Irrationalität und auch die Bürgerverachtung der Corona-Politik dieser Regierung wirklich auf die Spitze. Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ohne Maske nur noch für frisch Geimpfte. Das ist wirklich der Versuch, die im Bundestag hier mit klarer Mehrheit abgeschmetterte Impfpflicht doch noch durch die Hintertür einführen zu wollen. Regierung drangsaliert auch hier weiterhin die Privatwirtschaft und ermöglicht sogar wieder eine Maskenpflicht in Schulen. Und da muss man wirklich sagen, die sogenannte Corona-Schutzpolitik hat in den vergangenen Jahren zu Hunderttausenden Opfern geführt, traumatisierte Kinder und Jugendliche, die aus ihrem sozialen Umfeld gerissen wurden. Geimpfte mit teils schweren Impfnebenwirkungen, Menschen mit Organschädigungen durch dauerhaftes Tragen von FFP2-Masken, von den wirtschaftlichen und den finanziellen Schäden für Gastronomie und Handel, auch für Handwerk mal ganz zu schweigen. Es muss daher endgültig Schluss sein mit der Bevormundung der Bürger und insbesondere der Schikanierung von Kindern und Jugendlichen. Die Menschen brauchen wieder Eigenverantwortung. Diese muss zurückgegeben werden, wie wir es immer als AfD-Fraktion auch gefordert haben. Und für den Gesundheitsschutz, die muss zurückgegeben werden. Die AfD-Fraktion hat daher auch in dieser Woche einen Entschließungsantrag eingebracht, der fordert, dass sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, wie insbesondere die Impf-, die Masken- und die Testpflichten, sowie auch die Quarantäneregeln umgehend beendet werden, so wie es in Europa mittlerweile gang und gäbe ist, wie es andere europäische Länder bereits auch vormachen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal wissen, wenn Sie wiederholt die Öffnung von Nord Stream 2 fordern, was gibt Ihnen denn die Sicherheit, dass dann dort Gas fließen würde, wenn es schon durch Nord Stream 1 jetzt nicht fließt? Ja, also ich kann gerne beginnen. Also wir müssen ja mal einfach an die Ursachenforschung gehen. Und das ist ja das, was in der aktuellen Diskussion überhaupt nicht vorankommt. Den Wirtschaftskrieg gegen Russland hat Robert Habeck begonnen. Und das ist nun die Gegenreaktion, dass jetzt auch Russland wahrscheinlich die Lieferung über Nord Stream 1 einstellt. Und das ist genau der Punkt, den wir kritisieren, dass wir endlich in unserem Interesse, dass wir eine Interessengeleitete Außenpolitik in den Vordergrund stellen müssen und keine Wertegeleitete. Ich denke, das ist wichtig. Wir müssen unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Und das ist auch die Aufgabe der Bundesregierung, damit wir wieder günstig Gas bekommen. Und das ist die erste Aufgabe. Also Sie sagen jetzt quasi, die Russen sagen ja, dass Nord Stream 1 kaputt ist und deswegen kein Gas dort kommt. Glauben Sie das gar nicht? Wissen Sie, was man glauben kann und glauben nicht? Ich würde gerne zum Beispiel auch wissen, was hat denn die Bundesregierung, was haben die Unternehmen zum Beispiel in Russland an Gas bestellt, was vielleicht gar nicht geliefert werden kann oder sollte. Also das beantwortet die Bundesregierung zum Beispiel überhaupt nicht. Wie sehen die Lieferverträge aktuell aus? Wie sind die Laufzeiten? Wir werden doch hier völlig im Unklaren gelassen. Und hat man wirklich geglaubt, dass man Sanktionen beschließen kann auf europäischer Ebene, wo sich ja viele Länder im Übrigen mittlerweile auch eigene vertragliche Grundlagen schaffen mit Russland, dass es hier keine Gegenreaktionen gibt. Das ist genau dieser Wirtschaftskrieg, von dem wir immer gesprochen haben, der jetzt diese Eskalation weiter anheizt. Wenn Sie einen Plan haben, dann brauchen Sie immer als Ausfalllösung immer einen Plan B. Und diesen Plan B hat es ja selbst schon bei der Energiewende nicht gegeben. Also die Bundesregierung, die stellt da jetzt allmählich fest, dass es eine Energiewende ins Nichts ist, die uns ja völlig vom russischen Erdgas abhängig gemacht hat. Und dementsprechend wäre es jetzt auch mal wünschenswert, dass die Regierung hier einlenkt und Fehlentscheidungen strategisch und langfristig korrigiert. Das ist nämlich Ihre Pflicht. Und vielleicht noch ergänzend, aktuell gibt es ja auch verschiedene Länder, die auch Gas anbieten. In der aktuellen Debatte auch zum Beispiel der Iran. Ich denke, alle diese Dinge müssen auf den Tisch. Und es geht hier um die Grundversorgung für unsere Bürger, vor allen Dingen für unseren Mittelstand. Alice Weidel hat es richtig gesagt. Denn wer soll denn die nächsten großen Pakete, die wuchtigen Pakete, von denen ja Olaf Scholz spricht, wer soll denn die finanzieren? Wir sind jetzt bei drei Paketen mit einem Gesamtvolumen von 95 Milliarden Euro. Die muss am Ende der Bürger bezahlen. Der Bürger bezahlt aktuell aus der linken Tasche 1.000 Euro und bekommt Bonbons im Wert von 200 Euro zurück. Das ist die aktuelle Politik der Bundesregierung, die scheitern wird und vor allen Dingen, die auch nicht über den Winter führen wird. Okay, danke. Danke. Frau Dietmann, wir haben noch, ne? Bis dann, ja. Mach mal. Danke. Danke. Oh. Tschüss. Vielen Dank.